Hi, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen neuen Infovideo für Trains in World 5, welches ja offiziell angekündigt wurde von Darstellgames für den 17. September 2024, wie immer auf PC und auf Konsole. Heute geht es um das Free Starter Pack, da gab es gestern so ein paar Fragen, was ist dabei, was ist nicht dabei, was kann ich mitnehmen vom Vorgänger teilen, was kann ich nicht mitnehmen, kann ich die Features benutzen, die TSW 5 bietet, ab wann gelten diese ominösen 30 Tage, die ich nur Zeit habe, mir dieses kostenlose Update zu holen. Das möchte ich in diesem Video mal alles ein bisschen besprechen mit euch und wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen, würde ich mich sehr freuen und bei Fragen natürlich immer unten in die Kommentare, ich versuche immer so gut es geht, alle Kommentare zu lesen und auch zu beantworten. Ja, was ist dabei, im Starter Paket, wir haben das Training Center, wir haben den Livery Designer, also wo ihr eure eigenen Repaints erstellen könnt, dann haben wir das freie Spiel, wir haben den Formation Designer für eigene Zugverbände und den Szenario Planer, um eigene Szenarien zu erstellen. Wie lang habe ich Zeit und ab wann habe ich Zeit, ich habe 30 Tage Zeit kostenlos zu upgraden oder wenn ich noch nie Trains in World gespielt habe, mir dieses kostenlose Starter Paket zu holen. Wenn ich mir das hole, dann besitze ich auch TSW 5 und diese 30 Tage gelten ab dem 17. September bis zum 17. Oktober 2024. Danach wird dieses Angebot verschwinden. Wenn ihr danach TSW 5 spielen wollt, müsst ihr dann eins der kostenpflichtigen Bundles oder halt eine kostenpflichtige TSW 5 Strecke kaufen, dann besitzt ihr auch TSW 5. Was Spieler angeht, die TSW 2, 3, 4 schon besitzen, wenn ihr upgradet, dann habt ihr alles bis auf den Schaffner Modus, den könnt ihr nicht benutzen. Die Achievements, also die Erfolge habt ihr da nicht und ihr habt nicht die neuen digitalen Display Screens, die sie ja geupdatet haben. Das steht euch nicht zur Verfügung. Ich denke, weil diese drei Features dann halt TSW 5 bezogene Features sind. Ein Schaffner Modus wird es dann wahrscheinlich nur auf TSW 5 Strecken geben, genauso wie die Displays. Ja, Route Hopping steht hier auch. Da ist eine 2 dran, genauso wie bei den verbesserten Schatten auf den Strecken. Das ist nur bei neuen und erweiterten Routen dann möglich. Wenn ihr euch das Free Startup Pack holt und noch nie TSW gespielt habt, habt ihr keine Strecken, keine der Strecken, die bei TSW 5 mitgeliefert werden, keine der neuen Strecken. Die San Bernardino Linie, die West Coast Main Line und die Kinzigtal Bahn, die habt ihr dann nicht. Deswegen könnt ihr keine Szenarien fahren, keine Fahrplanfahrten machen, keine Masteries abschließen, natürlich kein Schaffner spielen, kein Route Hopping betreiben. Euch stehen keine Display Screens zur Verfügung und ihr könnt auch den Timetable Layer Control nicht benutzen, weil ihr habt ja keine Strecken. Macht Sinn. Habt ihr TSW 5 Routen euch gekauft, zusätzlich zu dem Starter Pack, dann habt ihr alles zur Verfügung, was es gibt. Also so schwierig ist es gar nicht. Und wenn ihr euch nur das Starter Paket holt, dann könnt ihr upgraden von dem Free Starter Pack jederzeit, indem ihr eine Strecke kauft, die TSW 5 kompatibel ist. Dann habt ihr automatisch TSW 5 geupdatet vom Free Starter Pack auf die Basisedition von TSW 5. Also wie gesagt, so schwierig ist es gar nicht, die FAQ, die ich hier habe, die hänge ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Ihr könnt euch das dann auch mit Google übersetzen lassen. Können auch nochmal hier gucken. Das Free Starter Pack ist für jeden, wenn ihr das erste Mal TSW spielt oder wenn ihr von einem alten Teil wiederkommt oder von TSW 4. Und wenn ihr von einem ganz alten Teil TSW 2 oder 3 upgradet, dann könnt ihr natürlich auch die Strecken, die seit TSW 2 rausgekommen sind, dann natürlich auch benutzen und kaufen. Das ist natürlich ganz klar. Und ihr profitiert auch von den ganzen Updates der Strecken und natürlich auch von den Features, die jetzt als Beispiel, ihr habt TSW 2, habt euch 3 und 4 nicht geholt, weil ihr gesagt habt, nö, kein Bock, TSW 2 reicht mir, ist mir zu teuer oder was auch immer. Dann profitiert ihr, wenn ihr euch jetzt das Free Starter Pack holt, ihr upgradet quasi von TSW 2 auf TSW 5, überspringt 3 und 4, habt aber die Features, die bei 3 und 4 mitgeliefert wurden, trotzdem, die besitzt ihr dann, weil das natürlich ja dabei ist bei TSW 5. Logisch, die Features aus 3 und 4 sind natürlich auch in 5 dann dabei. Und ihr profitiert weiter noch von den Strecken-Upgrades, die es gab seit TSW 2. Mal angenommen, ihr besitzt jetzt eine Strecke aus TSW 2, bei der es in TSW 4 ein großes Strecken-Upgrade gab, dann habt ihr das auch kostenlos mit dabei. Also wirklich eine feine Sache. Klar, man hat jetzt nur 30 Tage Zeit, aber ja, ich finde es cool, dass sie es auf jeden Fall anbieten. Die Community hat ja da immer sehr laut gebrüllt, oh, das ist ja blöd, warum gibt es kein kostenloses Upgrade? Jetzt haben sie das gemacht für 30 Tage, jetzt sagen alle, ja, aber ist ja nur für 30 Tage. Ich weiß nicht, auch diese ewige Diskussion mit TTGS wie EA, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich mich daran ja gar nicht mehr beteiligen, aber ich will trotzdem ein, zwei Sätze dazu sagen. Ihr holt euch dieses kostenlose Paket, upgradet auf TSW 5, sagt, ich warte jetzt bis, als Beispiel die Kinzig-Teilbahn im Angebot ist. Irgendwann an Weihnachten wird es bestimmt sein oder zum Ende November, da haben wir ja den, wie heißt der Tag, Black Friday. Und dann könnt ihr euch die, was weiß ich, zwischen 15 und 20 Euro wird die dann kosten. So, dann könnt ihr dann warten, wenn ihr sagt, ich warte auf einen Sale. Und dann habt ihr TSW 5 umsonst bekommen und habt eine neue Strecke aus TSW 5 für, ich sage jetzt einfach mal, 20 Euro. Muss man dann sehen, was sie tatsächlich kostet. Ich finde, das ist ein guter Deal. Also diesmal kann man da DTG keinen Vorwurf machen, finde ich. Ja, das soll es gewesen sein zu dem Free Starter Pack. Mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen. Also halten wir fest, kommt ihr neu in TSW rein, stehen euch natürlich all die Features nicht zur Verfügung, wofür ihr Züge braucht, weil ihr habt keine, weil ihr habt keine Strecken. Ihr habt euch quasi nur kostenlos TSW 5 geholt. Kostenlos, das muss man sich mal vorstellen. Wenn ihr neu mit diesem Spiel beginnt, kriegt ihr es einfach kostenlos. Ihr kriegt das Spiel kostenlos. Und könnt euch dann aussuchen, welche Strecke ihr mögt und euch diese holen. Kauft ihr euch eine Route dazu von TSW 5, stehen euch alle Features zur Verfügung, kommt ihr von einem Vorgängerteil und holt euch das Free Starter Pack. Ist der Schaffner-Modus nicht freigeschaltet, die Achievements und die neuen Displays. Ja, das ist doch mal fein, wie ich finde. Und es hat auch nichts mit meiner Partnerschaft mit DTG zu tun. Das ist ein guter Deal, wie ich finde. Gut, das soll es gewesen sein dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen bei Fragen. Gerne unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.